Was ist die Kirche? Das Wort Kirche kommt aus dem Griechischen vom Wort Ekklesia, das bedeutet herausgerufen sein. Wer hat gerufen? Naja, Gott natürlich. Der Christ ist aus der Welt herausgerufen, um Christus nachzufolgen. Die Kirche ist also die Gemeinschaft derer, die Christus nachfolgen und mit ihm und untereinander verbunden sind. Mit Christus sind wir verbunden durch Glauben, Hoffnung und eine lebendige Liebe. Untereinander verbunden sind wir durch das gemeinsame Bekenntnis des Glaubens, durch die Feier der sieben Sakramente und die Anerkennung der kirchlichen Leitung. All das macht uns im Vollsinn katholisch und zu einem lebendigen Glied der Kirche. Und das bringt uns zu jenem Bild der Kirche, das man am häufigsten verwendet. Die Kirche ist der mystische Leib Christi. Christus ist das Haupt, wir sind die Glieder an seinem Leib. Dieses biblische Bild zeigt uns zwei Dinge. Erstens, so wie in einem Leib ohne Kopf gar nichts funktioniert, ist es auch in der Kirche. Ohne Christus geht nichts. Er ist das Haupt. Jesus spricht davon auch im Gleichnis vom Weinstock. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Vom Weinstock getrennt, können Reben keine Frucht bringen. Sie verdorren. So ist es auch bei uns. Christus ist also das Haupt der Kirche. Er gibt ihr die Ausrichtung und ohne ihn geht nichts. Gleichzeitig sind wir als Glieder gerufen, in die Welt, die uns umgibt, hineinzuwirken. Wir sind sozusagen die Hände und Füße Gottes in der Welt. Zweitens, das Bild vom Leib zeigt, dass die Kirche nicht einfach eine Ansammlung von Gläubigen ist. Ein Leib funktioniert nur, weil in ihm verschiedene Organe und Teile zusammenwirken. So ist es auch im mystischen Leib Christi. Es gibt verschiedene Aufgaben und Ämter. Alle Glieder der Kirche sind zueinander und zum Haupt hin hierarchisch geordnet. Okay. Zu diesem mystischen Leib gehören nun alle Gläubigen. Und zwar nicht nur jene, die gerade hier auf Erden wandeln, sondern auch die, die schon in die Ewigkeit vorausgegangen sind. Die Verstorbenen, die noch der Läuterung bedürfen und jene, die schon bei Gott verherrlicht sind. Man spricht hier von der pilgernden Kirche, das sind wir hier auf Erden, von der leidenden Kirche, das sind die Seelen im Fegfeuer, und von der triumphierenden Kirche, das sind die Seelen im Himmel. Auf diesen mystischen Leib Christi hingeordnet, sind auch Menschen, die vielleicht noch nie von der Kirche gehört haben, aber gerecht und fromm vor Gott leben, sich nach einem Erlöser sehnen und den Allmächtigen aufrichtig suchen. Sie gehören zwar nicht oder noch nicht zur Kirche, aber Gott steht diesen Menschen mit seiner Gnade bei, sodass sie den Weg in die Gemeinschaft mit ihm finden können. Gleichzeitig kann es Menschen geben, die zwar Kraft der Taufe zur sichtbaren Kirche gehören, jedoch durch ihren Lebenswandel nur mehr tote Glieder am mystischen Leib Christi sind.